Chiplead meldet sich ein letztes Mal dieses Jahr hier aus dem Concord Card Casino Simmering. Der Final Table der achten Concord Million ist erreicht. Hier geht es gleich zur Sache und wir werden den ganzen Tag berichten, was sich hier so tut. Klickt euch rein, wir freuen uns auf euch. Bis dann.